weiter geht es mit gepull und mit borderland 3. wenn euch das video gefällt dann gebt einen daumen rauf schreibt einen kommentar und ich habe es vorhin schon im letzten part für euch im letzten part für mich für teamstream noch in diesem part jetzt da wird bloß eine stunde gehen oder sowas um die stunde rum weil das wird sonst zu viel das wäre sonst zu lang muss auch irgendwann mal was essen so okay wir machen jetzt wir haben ja keine nebenmissionen mehr hier wir haben auch hier keine mehr oder hat sich etwas ergeben hat sich nichts ergeben außer diese auslieferung sache muss man mal gucken muss man gucken ob ich das machen wir haben alle herausforderungen haben wir gemacht morgen haben diesmal neun stück und jetzt gehen wir noch die splinterlands ja okay da muss man auch so ein ding ist da teilnehmen hier twin gods steht da zwillingsgötter das festival zieht durch pandora immer dorthin wo genug irre die renge füllen sie sind schon seit einer weile hier draußen also muss das opfergeschäft voll brummen du wirst es schon erkennen wenn du es siehst so ach wir haben sich noch für die pistole plus noch 1173 schuss 1173 formen erstmal mit nach dem app angucken genau scheiße auch die große sind das gebiet macht er uns wieder ein hausen herausforderungen geben ja noch mal ein besorgstil grämsen radio eine gelegenheitsziele der jacht in club trepp drei locks und depot ja das ist ja standort also klepp treppler 8 gelegenheits ziel auch wieder gibt es auch wieder gelegenheits ziel und legendäre ja und hier haben wir gleich von anfang an hier in die nebenmission ja ich würde sagen wir fangen erstmal an indem wir hier das gebiet und das ganze gebiet wenn möglich erforschen ich habe so das gefühl dass man das gebiet nicht reinkommen und dann könnten wir uns auf das noch mal konzentrieren aber damit zu finden fall erst mal diese nebenmission an und wo auch immer sie ist ich hab's voll drauf und das gerade level ausgestiegen da hätten wir als jetzt wieder punkte alte falsche taste haben wir hier irgendwas nicht am morgen haben wir keine aber ich habe mir zwei oder zuletzt auch bei die granaten die granaten auffüllen was ist das hier wenn muss mit einer geworfenen granate schaden zufügt oder iron borbär enthält sie einen teil ihrer verloren gesundheit zurück ach ach und erhält die helft dieses bonus stellt pro getroffenen feind 4 prozent der fehlenden gesundheit wieder her das ist vom prinzip her das ist vom prinzip her dasselbe dasselbe wie das was ich mit granaten mache ok gesundheitswiederherstellung aber 4 prozent ist jetzt nicht sonderlich viel muss ich sagen ok wo ist gerade eine chance einen kritischen treffer zu landen der stark erhöhte schaden verursacht auslöser für kritische wirken sich nicht auf kritische treffer doch was was haben wir eigentlich hier unten wo es erhält werden das werden kämpfe um dein leben die fähigkeit werden das muss ich nicht haben als sie mich interessiert auf jeden fall Mich interessiert auf jeden Fall das, das, ich will keine Granate werfen währenddem die Dings macht, das ist Quatsch. Und hier wird ihre Actionskill abklingt, Zeit, kurzzeitig aber geht. Ja, muss auch nicht sein. Also ich mache jetzt das hier voll, dann mache ich das hier voll. Ist dann ja zusätzlich zu dem, was ich über die Granaten mache und ich schätze mal, dann kann ich das hier anwählen. Chance auf sekundäre Explosion, 20% sekundäre Explosionsschaden, 50% des Flusswassenschadens. Klingt ja gut. Was haben wir denn hier eigentlich? Achso, das muss, die Dinger muss man ja ausrüsten. Die müsste man ja hier ausrüsten. Gut, da haue ich jetzt die zwei Dinger hier drauf. Ach nee, geht, geht gar nicht. Da kann ich vielleicht vierten drauf tun. Ach stimmt, da war ja, ich habe ja drei. Drei gibt es mir ja von den Dingern hier, das ist ja mit umrandet. Hier bei dem ja auch drei, aber da ist ja fünfe von Dings. So, was ist das jetzt so voll? Müssen wir jetzt 19 Granaten haben. So und hier haben wir wie gesagt, gestellt, ja, pro getroffenen Feind fehlt die Gesundheit vier Prozent. Der nächste Rang wäre 8. Ja gut, das verdoppelt sich. Also es ist nicht 4, 5, 6, 7, 8 oder so. Es ist hier scheinbar 4, 8, 12, 16, 20, also 20 Prozent. Das ist dann schon, wenn das Ding voll ist, das lohnt sich dann schon. Das ist dann schon nicht schlecht. Okay, zack. Hier ist der Nebenmission. Mal schauen, was das ist. Ich hoffe es nicht auch. Die sieht doch schon wieder so aus, als wir jetzt hier auch irgendwelche Pizzas ausliefern. Die Honeywell braucht drin und ein paar tatkräftige Hände. Was? Die Honey? Die Honeywells. Brauchend. Der Hof. Okay. Ach Gott, hier hätte eh verloren. Ach, danke mein Schatz. Ich wusste, dass ich auch in dieser düsteren Zeit auf die Hilfsbereitschaft von Fremden zählen kann. Trifft mich auf dem Hof. Ach, kann ich mich erinnern. Und der Bier fiescht. Kann ich mich dran erinnern. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das sind ein paar ältere Leute, ältere Herrschaften, die Hilfe brauchen. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Wo war denn das? Egal. Äh. Wir werden es schon finden. Wir werden es aber erstmal hier. Und gucken. Was wir hier noch haben. Da ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Wir müssen immer gleichzeitig drauf achten. Das ist wirklich, wie willst du das nicht, glaub mir das. Er hat es gewollt und hat mir nicht geglaubt, selbst schuld. Wir müssen hier immer gleichzeitig wegen irgendwelchen Dings hier gucken, wo Herausforderungen sind. jetzt habe ich mich verzählt logans länge das sehe ich doch schon hier das sehe ich doch schon wieder was hier oben ist doch ein typen lockt hier wo da auf können einmal bin ich auf ein riesiges schiff gestoßen ich trete damit ein paar hunden um elpis wir eine kleine sauftour als ich wieder nüchtern bin kehre ich zurück gerade als ich in den orbit komme schießt irgend ein arsch das triebwerk kaputt und ich mache eine bruchlandung keine ahnung wie lange ich weg war aber als ich wieder zum bewusstsein komme sehe ich dass es ein bein richtig erwischt hat. Ich denke noch, das ist infiziert und stinkt übel. Macht aber irgendwie Spaß, drin rumzustochern. Wenigstens habe ich Gesellschaft. Was, Stinkebein? Dann sage ich mir, ich spreche mit einem Bein. Ich werde wahnsinnig. Sag mal, Stinkebein, glaubst du, dass ich wahnsinnig werde? Ich werde sterben! Wasch. Das sieht so aus, als könnte wir hier Spaß haben. Komm, hab Spaß. Ach, ist das nicht sogar hier die Ecke? Wohin sollen? Warte mal. Nee, doch nicht. Wo sollen wir hin? Ach, da drüben waren die. Ach nee, ich habe das gar nicht angewählt. Moment, ich muss das doch erst mal anquälen. Äh, anquälen, anwählen. Ach, hier drüben ist es. Ja gut, wir wollten hier sowieso die Ecke hier dann erst mal erkunden. Also erkunden wir jetzt erst mal die ganze Ecke. Vielleicht finden wir noch ein Klepptrepp oder auch und so was. Nehme ich aber die Flimte hier. Schrott, Schrott. Irgendwas hat es doch mit den Stromkabel hier auf sich hier garantiert. Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Ich habe eigentlich gedacht, die sind hier. Ja, ja, man ist hier. Stand die nicht immer hier an der Hütte? So. Halte Fröße. schwachschlappschwanz oder sieht das blöd ähnlich aus ich bin der späer der zwillingsgötter das bist du kleines ausschlappschwanz okay, Zeit zum sterben auch deutsche zu sterben ich bin so nach und nach zersplitzen ich hab mal weiter gefunden ich bin Und ich wollte hiermit gefischen. Auch hier. Der Flucht, der Flucht, die Schlammer ist ein Wander. Die Kanadier bemüßt sich bei deinem Pfad durch eure Brüder und Schwestern! Unschuldige KDK, die nichts weiter getan haben, als dem Willen der Zwillingsgötter zu folgen! Es wird Zeit, der KDK-Propaganda den Garaus zu machen. Gehen wir mit Crimson Radio auf Sendung. Ja. Oh, schrecklich. Alte Musik hier aus Computerspiel. Furchtbar. Ich meine, es ist beeindruckend, was damals aus so einem C64 oder so herausgeholt wurde. Also, das ist schon beeindruckend, Leute. Okay. Aber, ich sag's mal so, das war damals beeindruckend. Heutzutage beeindruckt mich das nicht mehr. Heutzutage finde ich das bäh. Heutzutage beeindruckt mich das nicht mehr. Oh, das geht die Krise. Ah, ich will mal ein paar Krise werfen, die sind in der Zelte. Da draußen gibt es einen ganzen Haufen irrer Fanate, die euch nur zu gerne die Köpfe runternehmen und den Rest von euch essen. Und den Rest von euch essen. Sag mal, wo war denn das jetzt? Dann muss ich doch gleich runter springen. Geronimo! Was? Frischer Tod für alle! Barschen oder was? Ich sag, ich will hier hoch, dann will ich hier hoch. Okay. Ja, ja, das ist das Gebiet. Ach, hier unten steht er immer. Hier war ein Haufen kaltiger Ärsche. Bist du tot? Tot. Ach, nun muss man ja noch eine Tür zumachen, glaube ich. Ach, nee, Strom drauf auf die Tür. Wer erfreist, jetzt ist ich hier. Dass ich hier nochmal rein kann. Oh, Schnauze. Das ist genau meine Stärke. Okay. Hört sich an, noch alle do it. Ach, das hat hier den vorn so komisch reflektiert. Ach nee, dem Sift des Blut aus dem Wands. Wie muss man hier eine Elektrobarriere aufbauen, soweit ich mich erinnern kann. Ach, und hier in die Hütte müssen wir auch irgendwie rein. Da war auch irgendwas. Voll. Na prima. Ja, die hört sich schon wieder, als ich sieht aus, ja, verhältnismäßig jung, hört sich schon mal an wie eine alte Oma. Diese Schlingel vom Festival haben sich Ersatzteile von unserem Hof geliehen. Ich will ja nicht kleinkariert sein. Aber wir können nicht mal mehr die Skacks fernhalten oder das Licht anmachen. Normalerweise kümmert sich Paar um sowas. Aber der ist unterwegs. Also könntest du ein Schatz sein und die Teile von diesen Schlingeln zurückholen? Sicher. Ich bin immer auf der Suche nach ein paar Schlingeln. So, warte mal. Wo war das jetzt? Ach, und da hier? Ach, und hier waren wir gerade oben, gell? Na, ich glaub's ja wohl nicht. Oh, komm ich da wieder hoch? Paar und ich sind einfache Leute. Wir haben uns hier wegen der Abgeschiedenheit niedergelassen. Wir sind ehrliche Menschen, die das ehrliche Land bearbeiten und ehrliche Supraleiter im Schuppen bauen. So wie es sich gehört. Okay. Könnte ich hier wieder hochkommen? Warte mal. Ich bin nie. Nee, warte mal. Ach nee, war er doch nicht hoch. Scheiße. Das wird dann holen wir uns in den Vorbarnuntersatz. Dann holen wir uns halt einen Vorbarnuntersatz und fahren die Strecke wieder hin, was war das? Wo waren wir jetzt hier? Wie waren wir jetzt hier hoch? Komm, sag mal. Wir haben doch irgendeine Abkürzung hier genommen, oder? Ja, freilich. Wir waren hier hoch und hüpft. Wer hat uns hier bemaust? Wo wollen wir das jetzt hier? Hier durch, einmal quer durch. Nimm schon diesmal das hier. Ah, diese Schlingel benutzen unsere Sicherung, um ihren gemeinen kleinen Funkturm zu betreiben. Wenn du sie freundlich bittest, geben sie sie sicher wieder her. Ach, da ist keiner mehr, den ich bitten könnte. Die hab ich alle schon kalt gemacht. Danke, mein Schatz. Fung ist eine schrecklich antiquierte Art, um Botschaften zu verbreiten. Vielleicht steigen sie auf etwas Hübscheres um. Wie zum Beispiel auf eine Hyperfaser Q3 Ecoline mit Flüsterverschlüssel-Locken. Blitzschnell. Das muss man sofort zum Auto beamen. Denn das ist ein weiter Weg jetzt. Das andere, so. Guck mal mal. Ich fliege. Ah, was für ein Spaß. Ein echter Mörderzirkus. Ja. Da bist du richtig. Carnivora ist übrigens mega exklusiv. Da kommen nur die engagiertesten Anhänger rein. Du wirst also deinen Wagen als Opfer spätten müssen. Übergeben dein Todesgefähr zur Beurteilung. Nur die Autos am hinten dürften. Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. Ich könnte eigentlich mein Ding wieder reinmachen. Das habe ich schon für ein bisschen Reiß gemacht. Wegen der Geburtsdorffeier. Ja. Das habe ich für Krach zu machen. Nö. Ich habe einen Lauf. Gehen wir auf und töten wir ein paar Leute. Und schon wieder wieder in der Scheiße rum, der Charadan. Scheiße, wie läuft im Dienst. Nix. Oh. Leben ist Rhythmus. Erkanns von Wachstum und Not. Es wäre nicht der Fall. Oh. Gleiches Ding hier. Auge. Jetzt bist du ein bisschen Kalt machen. Wie soll ich ein Kalt machen? Ach. Ich gibt ja hier ein bisschen Kalt machen zu. das ist sehr gut ich bin nur ich allein und ich sterbe jetzt dj, was? dj, auch ein botch, stand da er hielt sich für heiß, jetzt hast du ihn kalt gemacht und das im wörtlichsten sinne was da ist für alle da hat du scheiße dabei gehabt was ist denn das hier was? na, Kampf mit Schock versehen naja, alles klar das war's für dich lich, komm blöde 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 Diese Bässe sind schlecht für die Ohren. Da könnte man ja gleich Party in der Druckwelle eines Klasse-12-Himmelsreißer-Sprengkopfes machen. Nein, nein. Jetzt, wo du alle unsere Ersatzteile entliehen hast, komm zurück zum Hof, mein Schatz. Tut mir leid, dass ich dich damit belästigt habe. Normalerweise legt Paar diese kleinen Meinungsverschiedenheiten bei. Er kann so gut mit Menschen umgehen. Wusstest du, dass es Prosecco für Kaiski? Ich hatte heute schon was davon. Mit einer Schrotfländer oder was? Kann er gut mit Menschen umgehen. Das Geschrei kommt scheinbar von dem Canavera-Festival. Jetzt hat sich doch gelohnt, haben wir doch gleich hier das Gelegenheitsziel erledigt. Jetzt bin ich voll. Okay. Ja. Ich kann es einfach nicht lassen, die Looterei. Könnte hier irgendwo was sein, was mir gefällt. Ich bin süchtig nach Loot. Nein, ich bin süchtig nach Loot. Vergiss nicht, dass wir später ein Doppeldenk in Tennis und ein Pumpgerät haben. Zieh das Herz an, das ich dir geschenkt habe. Nach Loot selbst bin ich gar nicht so süchtig. Nicht wie dieser Dings da hier, den ich da vorhin geguckt habe. Was verbirgt ihr Aliensteine? Gestern Abend geguckt habe, ich habe gedacht, ich bin eine Spinne. Okay. Bei der, bei der BDS-Sachen, bei der BDS-Ränge hier, 450 Prozent. Das macht doch keinen Spaß mehr. Ja, ich hatte es beim letzten, beim letzten, halb mal hatte ich es, habe ich meine Waffen verschlechtert. Weil, ich wusste das gar und vorher gar nicht. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wieso, wieso baller ich hier schon mit Level 3 hier und alles weg wie nichts. Und dann gucke ich bei diese BDS-Ränge rein, zufälligerweise, und sehe, dass die Charakter übergreifend sind. Das heißt also, wenn du schon mit dem Ehen-Charakter Level 60 warst, dann hast du einen Haufen BDS-Ränge hier, also hier haben diese Dinger da hochgejurtet, das war hier bei Borderland 2, weißt du, und hast nachher mit einem anderen Charakter, mit Level 1 oder 2, mit Level 1 angefangen, dann hattest du quasi die, die, die Werte schon, bei diesem BDS-Ränge, hattest du dann schon die ganzen Werte zur Verfügung, weißt du. Und die waren bei mir, ja, schon, wie gesagt, ich war Level, irgendwas mit 60 rum oder so, oder Born 60, und die waren schon irgendwie nicht unbedingt schlecht, gell, die waren schon, da hatte ich schon einige BDS-Sachen hier ausgegeben, ausgegeben. Im Gegenteil, ich hatte nachher sogar schon aufgehört, weil es mir, weil es mir selbst bei dem Level 60, bei dem Level 60 Charakter schon auf den Sack ging, weißt du, da habe ich schon die BDS-Token gar nicht mehr ausgegeben, weißt du, deswegen habe ich da noch einen Haufen Token gehabt, weißt du. Und dann starte ich das Spiel neu, fange mit Level 1 an und habe die übelste BDS-Prozente. Prozente. Irgendwie ist der Platz, ein Arschler. Bin weg, woher. Jetzt sliden wir die Sau, die Räder hier. Wir bekommen jetzt noch einmal eine Verkaufnahme, die auch gehalten sind wir. Wir wollen die Akkab! Wir wollen hier nicht eben weg, wir wollen es scheiß. Verkaufnahme. 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 Ach ja, hier, hier haben wir irgendwie Strom. Hier brauchen wir Strom. Löffel mal wieder her. Oh ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie im nächsten Leben auch nicht allzu viel Glück hat haben. Da putze ich sie genauso weg. Da ist schon wieder voll. Ich glaube es ist ja wohl nicht. Ich will mal einkaufen und bin da schon immer voll. Du bist zu freundlich, mein Schatz. Wenn es dir nicht so viel Mühe macht, würdest du sie auch wieder installieren? Meine Hüfte ist nicht mehr dieselbe, seit ich diesen Reaktorkern die Treppe hochgeschleppt habe. Ja, da fällt mir gerade was ein. Oh, legendär. Was haben wir denn hier? Legendares. Wir bitten jetzt auch den Ein-Klick-Einkaufern. Mach deine Waffe, Klick. Ist es sei zum Kaufen. Red Queen. Rote Königin. Ja, und? Ja, es macht einen Haufen Schaden. Kein besonders großer Radius. Ist nicht das Geldwert, was du dafür ausgibst. Was es bis 4.000 kostet. Ist echt nicht das Geldwert. Ja, nur wegen den großen Schaden. Redezeit ein unschlagbares Schläppchen bei Marcus Munitions. Das Ding hat 200. Das Ding ist zielsuchend. Plus 20 Prozent Explosionsrate. Das heilt um 30 Prozent verursachten Gesundheitsschaden. Feinde lassen etwas Geld fallen, wenn sie Schaden erleiden. Sucht sich das Weg zum nächsten Ziel. Das ist nur Ziel suchen das, die aber bei Weitem besser. Money, Big Money, Pharma-Tracker. Allerdings geht die Goldene. Ach so, zeigt er mir jetzt nicht an, meine. Das war schöner bei Borderlands 2. Da hat er die angezeigt. Aha, hier. Hier unten irgendwo. Da hat er die angezeigt. Guck mal, die kostet 10.000. Hier die Gold, die kostet gerade mal 4. Was hat die für Schaden? 1.400. Aber er tut keine Dinger. Hier wird nicht irgendwie aufteilen. Gell? Was haben wir hier? Die macht 1.600 Schaden. Hat 417 Radios. Ich habe ja die Fikronachrichten gelesen. Was ist denn das für eine? Wer ist diese Klapp-Trap-Schlappe? Wer ist diese Klapp-Trap-Schlappe? Ach, das ist eine Singularity. Ja, also für eine Goldene ist die, die hier hat 1.800 Schaden, 410 Radios. Oh, die hat eine ganz, die hat eine ganz, guck mal. Sie ist explodierend. Das ist natürlich schon super. Hier on the Tracker. 1.000, gell? Ach so, das ist jetzt Munitionszeug. Ja, also das ist echt eine Frechheit. Das ist echt eine Frechheit, gell? Das ist eine Frechheit. Die Leute, uns sowas anzubieten. Naja, die verkaufen die Leute ja auch Schilde mit 0, 0, 0. Ach nee, warte mal. Wo war das? Ach, da vorne soll ich einen bauen. Gute Zäune bedeuten gute Nachbarn. Und Elektro-Zäune bedeuten gut erzogene Nachbarn. Da ist da jetzt alle Bäder eingesetzt. Ich glaube, da muss ich einen reingemacht. Ach, die wird mal. Hier, dann soll ich noch einen einsetzen. Hier, hier, hier. Hier. Der Strom ist wieder da. Ich hatte schon Angst, dass mein Vanillepudding im Kühlschrank schlecht wird. Und die Testsubjekte erwachen doch nicht aus ihrem kältes Schlafen. Es ist so schön, etwas Hilfe zu haben. Manchmal erstaunt mich die Hilfsbereitschaft von Fremden. Ich muss auf eine Bezahlung bestehen. Komm her. Dann kommt da nicht nachher auch irgendwelche Ausschläschungen. Der Hof hat schon bessere Tage gesehen. Aber wenn man sein Heim und seine Antimaterie-Eindämmungskammer nicht länger beschützen kann, was kann man dann überhaupt noch beschützen? Danke, mein Schatz. Mission complete. Aber eine neue Mission. Halt sie gleich annehmen. Eh, annehmen. Ich mache es seit fast einer Woche trocken. Und ich sage dir, die Brennstäbe brauchen Kühlung und die Warkwurzel muss gewässert werden. Paar ist in die Schlucht, um das Wasser wieder zum Fließen zu bringen. Aber seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Sei ein Schatz und bring das Wasser wieder zum Laufen, okay? Ja. Ich mache mir keine Sachen, oh Paar. Er gerät immer in Schwierigkeiten. Das gefällt mir an ihm. Er ist wie das Feuerwasser in meinem AST. Oder der Protonenbeschuss auf meinem Wismut. Ist das eine gute Sache? Aber natürlich, mein Schatz. Wie soll man denn sonst zu seinem Polonium 209 kommen? Hm. Äh. Okay, zum Auto. Okay. Passt da draußen gut auf dich auf, mein Schatz. Trockne nicht aus und achte auf lose Steine. Ja, du willst dir nichts verdrehen. Und hielt dich vor für Melingos mit ihren Stacheln und gefressigen Lündern. Hä? Ach Mann, äh. Es geht einem so aus dem Sack. Mann. Warte mal, war mir doch gleich irgendwie komisch. Mann. Gleich irgendwie merkwürde ich her. Oh ja. Mann. Oderバ軍. Mann. Ah, wie gut zum. Ah, wie gut zum. Oder klar, irgendwie merkwürdig, dass der mich hier rausschickt. Das war doch hier hinten irgendwo, ach hier war ein Auto, da war ein Auto drinnen. Warte, wir müssen doch hier in irgendeine Schlucht, war doch hier irgendwo in eine Schlucht hier hinten. Ja, da ist ein Auto drinnen, da müssen wir noch rein. Hier. Genau, das wusste ich doch noch mit der Schlucht, deswegen kann ich das jetzt gewundert, wieso der mich da rüber schickt. Brechen wir es auf. Ja, ist Schrott. Die sieht irgendwie so aus, wie die, die ich schon hab hier, aber in Gold. Mit dir hat man viel mehr Spaß als mit Baylex. Er wollte nie einfach so ausgehend Leute umbringen. Sie fallen um wie die Fliegen. Das war schon im Hals von vielen Quatschen. Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint hab. Irgendwann wird er das zu lang. Und ich stand zu viel Quatschen. So zwölf Stunden Stream sind bei mir nicht mehr drinnen. So. 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 Schlussquote an! Hast du schon wieder vergessen wo du hin wolltest? Nöööö aber halt die essefeste halt die essefeste das ist das hier als falsche taste die taste bist du ja wir können das mal angucken aber nicht so aus als ob die irgendwas taugt ach du scheiße auch hier genau diesen scheiße dann muss man weg springen willst du sterben ich danke dir normalerweise bin ich nicht so gut auf ungebetene besucher zu sprechen aber angesichts deines guten timings weiß ich deine hilfe zu schätzen ich bin ja selbst schuld an meinem halbverdauten zustand dieser hungrige bastard hat mein ganzes dynamit gefressen also bin ich in seine speiseröhre gesprungen ich habe das dynamit auf meiner reise durch sein inneres nicht gesehen also hat der bastard es wohl ausgekackt oder gekotzt das macht bei einem skeg keinen unterschied wenn du helfen willst wühl doch bitte in den verstreuten haufen da rum ja kommst du mir ja gleich schon wieder geahnt scheiße bühlen hier die pistole ja naja ne halt oder na doch nochmal die hier und dann hauen wir die klei weg hier der furchtbar die muss ich alles alle abstehen von ein stern zum leben dieser kotam hat das wasser davon abgehalten unseren hof zu erreichen jetzt haben wir das dynamit und können daran machen das werk der familinguas zu zerstören steckt diese stangen der zerstörung genau in das zentrum dieses gebildes gut gemacht du hast ein auge für zerstörung besucher jetzt schwing den pümpel und spring den kackdamm direkt in die verdammnis ein neuer tag eine weitere atomisierte mistwolke aus dem feuer der zerstörung fließt das wasser des lebens gute arbeit besucher ich scheine bei meinem abenteuer die zeit vergessen zu haben geh und lass ma wissen dass ich intakt bin obwohl ich vermute dass der gestank unseres sieges bereits den hofer recht hat alles gut und sich im übrigen den dings hier ich vor nur sehen haben auch schon wie wo ist das auch hier unten tief und lockt hat mein schiff abgeschossen ich habe mich in einem großen alten kackehaufen versteckt als ich dann nachts zu den sternen aufblickte dachte ich warum sollten die eridianer überhaupt nach pandora kommen sie sollen doch die schlausten im universum sein sie haben die kammern gebaut das ergibt doch keinen sinn wenn ich lebend aus diesem kackehaufen auskomme finde ich die eridianer und hole mir meine antworten ja ich auch die her die eine 9 Geh! 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 Ja, das ist sie! Alles gelootet. Wusstest du, dass es Prosecco für K.S. gibt? Ich hatte... Ah. Na ja? Die Gegend gescannt und ein Technical mit einem abgefahrenen Reifenwerfer entdeckt. Hol ihn dir. Ich wusste jetzt bloß nicht, wie wir noch nicht mit ihm reinkommen. Ach, jo. Reifenwerfer. Sieht ja interessant aus. Hast du schon wieder vergessen, wo du hin wolltest? Nee. Hab ich nicht. Ich würde dir bei Oma erst mal abrechnen. Oder Oma. Paar hat sich schon wieder von einem Skag fressen lassen, stimmt's? Aber gut. Immerhin habe ich wieder fließendes Wasser für meine Ernte. Dem Hof geht es besser als je zuvor. Hier, damit kannst du dir Reinigung bezahlen, mein Schatz. Oh, und ich glaube, Paar hat noch einen Job für dich, wenn du Zeit hast. Äh, Paar. Ja, aber... Ja, genau. Wir liefern jetzt noch das Auto ab. Fantastisch! Und jetzt bring die bösen Jungen zurück zum Catch-a-Ride für einen Digi-Scan. Ja, haha! Och, was macht denn das Ding? Ja, okay. Oh, ja. Was ist nicht los, sonst schreie. es fehlt noch die legendäre jahr der tote klub trepp und in geheimen wir machen jetzt erst mal auf die sanke ich hoffe ich hatte viel spaß beim zuschauen wenn ja vergesst nicht daumen rauf ich beende das heute hier erst mal und wünsche euch einen schönen abend schönen tag was auch immer bye bye